Du musst read the correct to repair this item. I get the panic attack here. Ja, und damit sage ich nochmal herzlich willkommen hier zurück in die Alpha 13 von der Chaosgruppe. Mit den beiden da halt, ich weiß auch nicht, wieso mach ich, wieso tue ich mir das hier immer wieder an? Wieso? Wieso? Weil wir der Hammer sind. Apropos Hammer, ich bräuchte einen. Nee, nee, du siehst halt wie gesagt eher so aus wie dieser Predator halt, ne? Ich bin Captain Jack Sparrow, Mensch. Nee, du bist ein Predator. Ich bin kein Predator. Doch. Oh, mein Ohr juckt so. Ja, was haben wir denn jetzt für Sachen vor? Ich meine, wir stehen in einer schon relativ guten Hüttel, ne? Ich baue mir gleich ein... Nein, nein, nein. Skillen. Eigentlich heißt das die ganze Zeit skillen, skillen, skillen und in dem besser werden. Ja, das stimmt. Das ist noch nicht mal die Hälfte der Nacht rum. So, ich fang dann mal an mit dem, mit dem, mit dem, nein, mach ich nicht, oder? Ich muss ja noch ein bisschen einordnen. Was? Hör ihm, hör einfach nicht hin, Danny. Das ist gruselig manchmal. Ey, es ist echt... Jefferson, ey. Zack. Obwohl, sollte man eigentlich selbst mitnehmen. Kann man Moldly Bread essen? Macht das satt? Nein, um Gottes Willen, lass uns, weil wir brauchen, das ist... Das ist... Wehe! Pack das mal bitte... Das gammelige Brot? Ja, pack das mal bitte in die Health Kiste hinten. Das gammelige Brot? Ja. Die Health Kiste ist verschlossen. Achso. Äh, sorry. Sorry. Warte. Die Health Kiste ist zu. Da darfst du jetzt. Pack das Moldly Bread mal da rein. Ich mach das Moldly Bread in die Health Kiste. So, fort. Oh Gott. Wir brauchen ja auch Werkzeuge. Das wollte ich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit machen, aber ich war ja unterwegs. So. Äh, Fire Eggs. Ich muss mal... Ich brauche mal einen Mülleimer. War einen Shovel. Ich brauche einen Mülleimer. Ja, der macht hier doch einen. I need... I need a bucket. Ich werde jetzt hier diesen... Diesen Schrank werde ich jetzt als Mülleimer benutzen. Oh, da sind ja Dinge drin. Da werde ich überhaupt keinen Mülleimer. Der Hammer! Was sind denn da für Sachen drin? Land Fiber Boots sind da drin. Wer möchte denn noch was haben? Was ist denn haben? Also, was gibt's denn zu haben? Ähm, naja. An Werkzeugen. Ich kann noch nichts allzu viel herstellen, aber... Ich täte gerne mal, äh, irgendwas. Zum Beispiel eine... Entweder eine Axt oder eine Spitzhacke. Wäre vielleicht noch cooler, oder? Eine Spitzhacke. Ja, ich guck nochmal. Ja, das war's dann. Das war's denn, was ich machen kann. Das läuft jetzt durch. Lassen wir das einfach mal so. Läuft durch. Ich läuft ruhig. Es ist zu klar. Ich ist hier. Da. Da kommen wir den ganzen... Hä, die... An den Zapfles bist du jetzt dran, ne? Ja, ich packe jetzt hier gerade noch. Ich muss ja Sachen reinpacken. Okay, diese 2er Stone Eggs. Warum... Warum liegt die denn da drin? Was ist denn? Wer hat die denn da reingemacht? Ja, wer... Wer hat die denn da reingemacht? Ja, wer... Das ist der Wahnsinn. Ja... Das schmeißen wir gleich noch in den... Reine Irrsinn. Lass mich doch mal an die Zapflichkiste ran. Du sagst, du hast Höhlen gefunden, Jolle. Sag mal, wollen wir denn vernünftig mine gehen, damit wir hier die, äh... Ja, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Eisen holen. Und wir können in die Höhlen da, die ich gefunden habe. Ja, ja, können wir mal machen. Dass wir da mal reingucken, dass wir da Eisen und sowas, äh... Minecraft, Minecraft. Ja, können wir machen, Jenny. Ähm, eigentlich gehört das ja zu den... Ach, was soll's? Das packe ich jetzt hier rein. Ich muss halt noch mal ganz kurz ein bisschen aussortieren. Du, jetzt weg da von der blöde Zapflichkiste. Ja, geh doch ran. Meine Güte. Zapflich, Zapflich. Das läuft... Oh, wie lange dauert das denn? Komm mal. Ich bin so Zapflich. Da hab ich grad was reingepackt. Achso. Wenn ihr übrigens was teilen wollt, ne, dann müsst ihr einfach nur mit Rechtsklicken ziehen. Das ist ein bisschen... Bescheuert. Ja, weil du kannst nichts mehr teilen mit Shift und so. Nee, das geht nicht. Es ist out. Cold Beer hier. Darf ich noch mal... Darf ich das noch einmal haben, was da drin war? 35 Forged Iron können wir craften. Ja, was? Gibt's jetzt eigentlich ne Spitzhacke fürs arme Flaggy? Läuft doch durch. Warte doch mal. Die 13 Sekunden braucht die noch. Warum hat denn einer die Waffenteile hier in den Küchenschrank gepackt? Vielleicht da hatten wir noch keine Kiste, wo die drin waren. Ich räume die mal um, ja. Da hatten wir noch keine Kiste. Hast du gehört? Wir räumen die mal um. Ja. Mach, mach doch. I put them in the right. Hier ist deine Pickaxe. Pickaxe. Pickaxe mäßig. Pickaxe mäßig. Juhu. Eine Pickaxe. Und wo ist sie hin? Neun. Besser geht's halt nicht. Waffenteile. 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 Gibt's das schon? Jenny hat Bacon and Eggs gemacht. Hab ich Hunger? Joa, und wie? Guck mal her. So, also wir gehen jetzt, hab ich das richtig verstanden? Wir gehen jetzt, äh... Das ist doch mal... Was? Wadwadwad rollt so rum? Gehen wir jetzt in die Wühl? Hab ich das richtig verstanden? Könnten wir denn gleich auch machen, ja? Da draußen prollt wer... Da draußen will einer in unser Haus rein. Nein, 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 nein! Das ist eine Schreierin! Geh mal weg, ich schieße! Dann tötet sie! Ah! Jetzt bist du im Weg. Das scrappen wir doch mal. Jetzt hab ich für den Schuss auf den... auf den Totenkörper hab ich Level 2 gekriegt. Ist ja auch nicht schlecht. Wo ist sie denn? Die sieht ja sowas von hässlich aus. Wo ist sie denn? Hab ich kein Holz mehr? Nein, hab ich nicht. Hast du sie umgeholzt oder was machst du da draußen mit ihr? Sie ist tot! Das ist halt diese Witch oder so, ne? Die sieht richtig... richtig krass aus. Die ist... die ist... anstrengend! Was liegt denn hier rum? Weiß ich nicht, was ich... Don't shovel! Yay, geht los! Äh, achso. Was? Ich hab was vergessen! So. Das müssen wir noch mitnehmen. Now we go to the... ...the Höhle? Ja, ja... Ja... Ich hab da eben Skillpunkte gekriegt. Äh... Wo sollte ich die am besten reinsetzen? Das ist völlig egal, weil die sind so wenig, das ist ähm... Flat, klar. Machste zu, machste zu. Du skillst eher durch das andere. So, warte mal, ich hab... Die Höhlen sind da hinten. Kommt mit! Wer? Wo? Kommen sie mit! Ihr könnt euch das ja dann mal auf der Karte markieren, wenn wir da sind. Ja, mach ich dann auch. Und dann... Da... da speiken sie los. Jo. So ist es halt. Sind ich doof oder sehe ich gerade... Ne, ich dachte, ich sehe gerade Hochhäuser, aber es war nur ein Spawnfehler von irgendwelchen Bäumen. Ich warte auf euch, bis ihr... bis ihr da seid. Jenny ist, glaub ich, schon da. Ja, ich bin schon weiter. Hä? Wir sind beide von mir... beide bei mir auf einem Fleck. Nee, wir sind... ich bin direkt bei dir. Lass ihn sich los. Ja, lass ihn sich los. Das hängt damit zusammen, weil wir ungefähr mehr oder weniger voreinander laufen. Das sieht so blöd aus wie die... nicht mehr fette Elfe. Das sieht so doof aus. Ja, ne... Bin ich mal richtig? Ja. Bisschen schade. Ja, ne, mehr und mehr so Nordwest geht's. Guck mal, da hinten ist eine. Seht ihr mal auf, hier so zu grunzen? Das ist ja... uns ja genauso. Das ist ja furchtbar. Lauf jetzt gerade... Jetzt hab ich aber auch keine Fackel, ne? Ich hab keine Fackel bei. I have a Fackel. Ne, hab ich nicht mehr. Doch hab ich. Hier war die eine hier. Hier reißt die eine sich auf. Ah! Da fällst du gleich mal vor lauter Begeisterung rein. Ja. Da oben ist auch gleich noch eine, ne? Ja, ja, hier sind die überall. Pilze! Ja. So. Kann man hier... Bringen die irgendwas, die einzusammeln? Ist das hier gerade mal Kohle? Ja. Perfekt. Ah ne, hast du... Vielleicht hast du ein bisschen Holz für mich? Wie viel brauchst du denn? Naja, nur so zwei, drei, dass ich mir mal ne Fackel machen kann. F-f-f-fackel? F-f-f-fackel? Yay! So, Torch. Geh mal weiter rein, ja? Oh, da ist ein Körper. Zehn kann ich mir machen. What? Cool. Mushrooms. Mushrooms. Was habt ihr gesagt? Ich soll mir da nen Punkt draufsetzen. Dann setze ich mir halt nen Punkt da drauf. Die Karte. Quick Waypoint. Ordentlich, ordentlich was drinne. Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Quick Waypoint und einem Safe Waypoint? Dass du den Quick Waypoint immer wieder ersetzt, den Safe... ...Safe... ...Waypoint... ...bleibt. So. Dann schreibe ich da mal... Das ist das, was du auch schon kennst. Warum hat sich jetzt mein Dings geöffnet? Hilfe! Okay, Anna, sie sehen jetzt schon ein bisschen veränderter aus. Also... Boah, die ist gut. Die ist richtig gut. Alter Falter, geil. Gibt's ordentlich, ne? Gibt's ordentlich, ne? Ups, was, ne, ich wollte die nicht schaufeln. Gut, cool. Oh, und da kommen... Zehn... Jo, sechs nochmal... Vier, sieben... Das geht jetzt richtig gut. Na, hörst du auf. Wenn man hier mal so eine Nacht drin verbringt, ne? Da schleppst du schon mal so deine 300 kleinen Eisenkügelchen raus. Also... Hat was. So. So. Dammel ich da gerade ein? Ne, Stein. Weg damit. Stein hab ich genommen. Lump of coal. Wieso? Oh nein. Jenny, hast du noch Holz? Äh, ich weiß es nicht, warte. Köl, ruckel? Ja, hab ich. Warum? Ich muss mir nochmal eine Pickaxe machen. Ich hab die extra jetzt verschrotten lassen. Was ist das für ein Magen? Achso, das war mein Magen. Bin das... Oh, 70. Hast du... Wow. Ich hab noch mehr Elemente. Da, Iron Pickaxe. Oh, man sucht sich aber auch mit dem neuen Menü ein bisschen tot, ne? Also das ist denen noch nicht so gut gelungen. Das dauert jetzt erstmal ein Minütchen. Ich esse ein paar Pilze. Ihhh. Mh, yum, yum. Achso, hier ist... Hier ist... In diesen Höhlen ist es verdammt heiß. Also ihr solltet euch tatsache ausziehen. Komplett. Ja. Ich will aber angekommen bleiben. Noch hab ich keine Probleme mit der Wärme. Ja, ich hatte grad noch die Lederrüstung an. Das wird hier ziemlich schnell, ziemlich heiß unten. Wellness plus 1. Das ist ja der Hammer. Ich glaube, damit haben sie das so ein bisschen dezimieren wollen, dass sich Leute halt in der Höhle einquartieren. Finde ich aber auch gut so. Das ist okay. Ja, das stimmt. So, Essen 100%, dann brauch ich das. Ja. Zehn Sekunden. Mh, köstlich. Und hier gibt's auch LED. Oh, ein Traum. Hattest du noch Eisen mit, dass ich zumindest reparieren kann? Ja, so ein bisschen. Ähm, du wirst... Du wirst 4 brauchen, mindestens hier in dem... Aber ansonsten heißt es jetzt erstmal, das kaputt machen, was wir haben und dann... Jo, Mining ist jetzt Level... keine Ahnung, irgendwas. Ah. Cool, ne? So, ähm, soll ich die Pickaxe zerlegen? Äh, brauchen wir eine neue oder... Kann man... Kann man die reparieren? Ähm, ich hab nicht mehr genug zum reparieren. Ich hab jetzt nur noch 2, also... Das heißt? Wie... Wie viel hat denn von der Zahl her? Eine 9 ist das. Na, lohnt sich noch zu reparieren. Womit kann man die reparieren? Mit Iron. Gut, ich hab keins. Ja, das... Äh, ich sag dir ja, ich habe nur noch 2 Stück davon und das reicht nicht. Du brauchst 4 zum reparieren. Okay. Nee, brauchst du gar nicht. Ich hab 2 gebraucht. Achso, na hier, dann Flagg, dann nimm. Ja? Bevor sie ganz kaputt geht. Ähm, ja. Zieh dir was an! Ja. Zieh dir was an! Nimm, hast du es aufgenommen? Wir sind immer weiter. Metze! Gott, äh, wie du dich auch immer beschwerst, Flagg. Doch, wo, wo, wo war das hier? Oh, ich bin Level 3! Krasser, schön! Was mach ich denn so viel anders als ihr, dass ich so schnell level hier? Na, du bist kleiner, da verteilen sich die, äh, Erfahrungspunkte auf weniger Körpermasse. Aha. Glaub ich. Nur weil ich so klein bin, heißt das nicht, dass ich nicht... Ja. Was denn? Ist doch gut. Na. Jeder weiß, dass dicke Menschen... Wann sterb ich eigentlich? Jeder weiß, dass dicke Menschen dümmer sind, weil sich die IQ-Punkte auf mehr Körpermasse verteilen. Oder? Oder? Hey, ich bin feucht. Das klingt so falsch. Bitte? Ja, da steht Wetness, 1%, das steht aber jetzt schon die ganze Zeit da. Wetness? Ja. Ja. Wet. Man kann hier auch, wenn du, ähm, wenn du in irgendeiner Pfütze stehst, dann wirst du richtig nass halt. Toll. Der Hammer. Der Hammer. Und man kann sich, glaube ich, erkälten und daran dann sterben. Also... Man sollte nicht unbedingt planschen gehen. Ich hab schon 426 Iron Fragments. Ist ja der Hammer. 448. 448. Krass. Alter Vatern. Alter Angeber. Alter Vatern. So, das war's jetzt aber auch gleich für mich und meiner Spitzhacke. Deine Hackspitze. Hack. Spitze. Hier ist noch ein bisschen LED. Ich nehm mal das LED mit. Das bauen wir später auch. Wenn ihr schon so viel Iron habt. Wir bauen nur Iron ab, weil ich dachte, Iron ist vielleicht ganz sinnvoll gerade. Ja, LED brauchst du ja dann auch, um die Bulle Tipps dann zu machen zum Schluss. So, das war's denn für mich und meiner Spitzhacke. Ähm. Warum wird's dir auf einmal so hell? Weil ich hinter dir stehe mit einer Fackel in der Hand. Hilfe! Oh, der fleckert so einen richtig kleinen Po, ne? Guck dir das an. Hallo? Deine Plauze ist weg. Das ist so schade. Ja, ich kann mir ja keine Plauze mehr machen. Das geht nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ich will meine vierte Elfe wieder haben. Da hat sich bestimmt irgendjemand bei den Fun-Pimps beschwert. Das wäre diskriminierend. Wenn man so eine dicke Plauze hätte, wäre Adipositas und deswegen haben die das rausgenommen. Das ist diskriminierend, dass es keine Dicken mehr gibt. Immer müssen wir Modelmaße haben. Freiheit für Dicke. Freiheit für Dicke. Ja. So, ich hau jetzt wieder ab, ne? Ich lass euch da in der Höhle. Du weißt warum. Ja, weil ich kann jetzt nichts mehr abbauen. Und ich muss jetzt... Oh, ihr hättet mal euren Iron... Aber ist egal. Ich hab auch noch Iron... Mach mal die 1000 Iron Fragments voll hier. Ja, ja, mach mal. Oder? Äh. Ne. Äh. Boah, jetzt hab ich schon noch... Ich hab schon so... Boah, seht ihr da hier... Da ruckelt das. Beim Springen, das ist auch noch so richtig buggy. Ich mach die 1000 voll. Ich mach die 1000 voll. Ich mach die 1000 voll. Merkt man... Meine Spitz hat gesagt, ich mach die 1000 nicht voll. Ja, dann hör auf. Was? Ja, nur noch... Nur noch das kleine Stück hier. So, ich hör ja schon auf. So, ähm... Ich mach meine Pickaxe noch kaputt und dann komm ich zurück. Was? 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 Das machen wir dann auch gleich hier. Kann man das nicht... Kann man auch abbauen. Nein. Oh, ich hab keine Feine mehr. Das ist ja schlecht. Das wird's awesome. Boah, der... Er hier ist der Schlimmste. Der springt gleich wieder auf. Ah, ich hab ihn getötet. Oh. Der hat Leather Gloves Schematics einfach bei. Na, vielen Dank auch. Was? Ich bin auf 92 Grad Celsius. Ah! Ich hab doch gesagt, das ist warm da unten. Ähm... Das wird nicht in Grad Celsius gerechnet. Das ist fahrenheit. Das ist fahrenheit. Ich hab lieber 92 Grad Celsius. Na, ab 100... Also ab 100 wird's kritisch. Also von 70 bis 90 ist, glaub ich, alles okay, aber... Oh, hier ist noch ne Höhle auf der anderen Seite. Ja. Das ist ja wie ein Schweizer Klee. Kann man da auch reingehen? Wollen wir da nochmal reinschauen, Fleck? Ja, ich bin schon drin, ne? Achso, okay, ich komm. Aber ich kann eh nix abbauen, also eigentlich. Ja, aber nur gucken... Das ist ne komische Höhle. Die ist schon fertig, ja. Das ist keine Höhle, das ist ein... Noch. ...ein Höhlchen. So, ich bin draußen. Ich bin immer noch auf 92 Grad. Ich koche. Ich habe Fieber. Da, 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 da. Ich tanze mit dem Baum. Er dropps! Er dropps! Warum sieht die nicht? Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich hab ihn. Jenny, ich hab ihn. Sicher? Ja. Oh Gott, ist der weit weg. Oh Gott, ist der weit weg. Oh Gott, ist der weit weg. Du hast gesagt, du hast ihn auch. Also, ich hab ihn, ich hab ihn auf dem Schirm, aber das wird ja ewig dauern. Oh, oh, ein Blowdown. Ich hab noch ein Haus. Ach du Scheiße, hier ist doch ne fucking Höhle. Eine fucking Höhle. Aber die geht... Das ist eigentlich nur ein Tunnel. Hilfe! Ich will jetzt hier raus! Fuck! Was hast du denn jetzt? Zwei Höhlen. Ja, ja. Jenny, hi, ich bin hinter dir. Daneben dir sind drei Bären. Du hast das schon gesehen, ne? Ja, ich hab sie auch gehört. Hier sind massenweise Höhlen. Ein Haus. Ja. Ist das hier ein abgefahrenes Gebiet? Ich geh erstmal nach Hause. Tu das, wir holen ein Dings. Also, hier haben wir gleich echt Mienen ohne Ende. Ja. Da ist noch ein Haus. Ich sag ja, die Minen, die fräsen sich jetzt hier auch in die Landschaft. Das ist richtig cool gemacht. Der Nebel des Grauens fängt ja hier an. Meine Güte. Eberfalls. Nebel des Grauens. Ist auch nochmal ne Höhle. Hier schweben Zombie-Reste in der Luft. Jenny, der ist ja ewig weit weg. Nicht mehr. Ne, so weit ist der gar nicht mehr, glaube ich. Doch. Der kommt jetzt auf den Boden. Also, ich seh dich da links. Ich bin rechts hinter dir. Ja, ja, ich seh ihn auch noch. Jetzt ist er weg. Jetzt heißt es nicht mehr an der Kamera bewegen. Ja, ich mach das auch schon nicht mehr. Ich hab auch keine Ausdauer mehr. Ja. Ihr macht das gut. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich laufe. Ihr macht das richtig, richtig. Ich hänge am Baum. Richtung Norden. Mhm. Äh, hier ist noch... Hier ist ein Haus. Turn on. Es gibt halt jetzt viel, 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 viel mehr auf der Karte, ne? Diese Ereignisse sind einfach häufiger, dass mal irgendwas da ist. Das ist cool. Ja, das stimmt. Das war natürlich schick. Aber das Sau sieht abgefackelt aus hier. Äh, nee, ich bin hinter dir. Ja, das kann man übrigens aufbauen, ne? Also... Ja, ja, ich hab die Kiste. Ich hab sie. Oh ja, ich seh sie. Oh, direkt drauf. Straight. Einfach nur. Richtig gut. Jenny, Jenny, Jenny. Und, und, und? Ja, mach das so. Ähm, Ironhelm Schematic. Ich lerne ich. Ja. Ähm, Antibiotika. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Sofort eine geben. Ich bin doch zombiteös. Ähm, First Aid Kit. Oh, du hast mich gerettet, Jenny. Komm her, komm her. Warte mal, komm, ich streiche dich. Guck mal hier, Kopf. Da. Liebe Kinder! Alle unter 18 gehen jetzt bitte raus. Hallo, ich hab Jenny den Kopf gestreichelt. Wollen wir uns hier mal die Häuser anschauen, Jolle, wenn wir schon gerade hier sind? 14 Uhr, das heißt, dass wir dann wahrscheinlich aber nicht mehr zurückkommen. Ich werde das Haus verteidigen. Ach, ich bin ja auch noch nackig. Ich hab... Ja. Man müsste nur mal, nur mal die, nur mal, nur mal das, nur mal das Audio mitlaufen lassen. Ja, ja. Das reicht schon aus, ja. So, jetzt sehe ich wieder aus, wie ich aussehe. Ich weiß nicht, ob's besser ist, aber... Warum läuft das nicht weiter? Ich hab's doch ongedörnt. Und... Ja, klar. Oh Gott. Was... What's going on with him? Ich hab's doch ongedörnt. Ich hab's ongedörnt. Jetzt ist wieder ganz... Komm rein, Jenny. Die Tür ist auf. Sofort. Ich wollte mich nur kurz nochmal fertig anziehen. Was treibt ihr da genau? Wir haben hier noch ein paar Häuser gefunden auf dem Weg zum Airdrops. Und deswegen gucken wir uns natürlich jetzt noch die Häuser an. Ach, das... Das Forged Iron sieht nicht mehr aus wie das... Ah, jetzt hat's langsam gerackelt. Ja. Reifen, reifen, reifen. Schön, dass du das verstanden hast. Einmal reifen. Jenny, guck mal im Klo nach. Ich bin grad dabei. Wie gesagt, wir müssten mal das Audio-Einko machen. Pistole! Pistole im... Im... Im Klo, natürlich. Wo der Arsch der Welt Platz hat, da findet auch eine Pistole. Da guckt keiner nach. Ich weiß gar nicht. Ach, Mann. Ich dachte, wir kriegen mal einen Topf hier oder so. Einen Topf! Ich hab ein Bild! Jenny, ich hab ein Bild! Jenny, Bild, 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 Bild! Oh, ne Kerze. Guck mal, Jolle. Ich nehm die Kerle und was. Geht das? Ich glaube nicht. Jolle, 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 Jolle! Wollen wir was cooles mitnehmen? Was denn? Mach mal. Ich bin schon rübergerannt zum nächsten Haus. Los, mach. Nee. Gabi, nee. Dauert ihr zu lang zum Abhauen, oder was? Man kann das ja alles nicht mehr so einsammeln. Ja, dauert zu lang. Ja. Ach, ich hab keine Pfeile mehr. Ey, Ruhu. Die sollte ich mir auch mal favoriten. Was? Bist du einfach nur da rüber gelaufen? Ja, bist du. Ja. Hör auf zu ruckeln. Ich wollte mir hier den doofen Hirsch mitnehmen. Selber. Hier ist ein Auto, hier sind Zombies. A hunting knife is great for slaying. Was ist das? Wollen wir dafür? Machst du das mal erst lesen. Ich muss lernen, wie man ein grödes Hunting Rival repariert. Äh, Quatsch. Ein Hunting Knife repariert. Ja, klar. Doch doof. I'm, I'm haunted. Was kann ich jetzt? Your skill in crafting is now level 3. 3. Pam. So. Pam. Und auf die Ome. Wo sind wir denn noch nicht lang gegangen? In welche Richtung seid ihr eigentlich gerade abgedampft? Irgendwo nach Norden hin. Also, dann geh ich mal nach Süden, wa? So, jetzt bin ich auch level dry. Gen Süden, gen Süden. Das ist ein ganz gutes Haus hier. Ich hab einen Topf. Ein Hirsch. Ein Hirsch. Pssst. Leise. Da hin. Flaggy. Was denn? Leise. Ich hab den Hirsch damit. Ja, hast du auch. Ach, das sind nur komische Misserfolge von Flagg. Find ich. Ich hab Hundefutter. Flagg, ich bring Essen nach Hause. Für dich. Ey, ich muss den Hirsch erlegen. Wartet. Der Hirsch muss weg. Abimmelrabammelrabum, wo ist er? Da hin. Ey, du blödes Rotwild. Bleib hier. Jenny, die Vordertür ist auf. Ich hab hunderte von dir in Just-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust. Der Hirsch bleibt nicht stehen. Angst raus. Jenny, hilfst du mir bei der Tür? Vielleicht. Ich muss jetzt hier erstmal Frau... Guck ich mir mal an, was das hier für eine... Red Puffer, was? Red Puffer-Code? Äh, sind die besser? Oh, dieser penetrante Hirsch. Wo bist du denn? Da. Er hat einen Huhn gefunden! Einen Huhn! Mach's kaputt. Einen Huhn! Daraus kriegst du Federn. Aus dem Ding. Aber nimm das Messer, du musst halt das Messer nehmen zum Ausnehmen. Krieg's gleich! Ich hab's gleich! Ja! Ich hab's! Da freut er sich! Auf! Auf! Das hat voll den Messerschlag überstanden. Warum? Wisst ihr, was uns jetzt noch fehlt? Ein Schaf. Das ist unglaublich. Oh, ein Schaf! Das ist meins. Wenn wir ein Schaf finden, ist das meins. Ah! Jenny Bookcases! Hier! Leatherjacket. Das ist das, was ich hier anhabe. Habe ich gerade hier als Buch. Mann! Juhu! Gelernt! Ey! Was ist denn los? Kopftreffer! Stirb doch einfach mal! Danke! Ich habe eine Brille gefunden! Black Bandana! Ist die besser? Da ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Das können wir mal... Scrappen! 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 Das scheiß Wuhn ist mir entkommen! Blödes Wuhn. Boah! Org heißt es nicht. Boah! Scrappen! Ich bin so unglücklich. Das Wuhn ist mir entkommen. Ach komm! Jetzt hab dich mal nicht so... Das Wuhn ist mir entkommen! Ja und! Das passiert halt! Das ist auch jetzt nur ein Wuhn! Das Wuhn ist mir entkommen! Ja! Hab ich verstanden! Und goldenen Sternlein prangen! Geh jetzt nach Hause! Der Fleck ist tot! Der Fleck ist tot! Ja da hast du noch Platz! Ja ja! Was hast du mir dazu gesteckt? Ach komm! Deine Plantfiber Hose kann ich aber auch bekauen hier! Hallo mein kleiner Zombie! Ja eine Waffe ist wichtig! Das... Was? Was für eine Waffe? Pistol! Achso! Warum rennen die alle? Eine graue Pistol! Aua! Das war so toll! Blödes Stück! Wollen wir weiter? Da hab ich schon alles! So ja dann lass weiter! Da ist raus! Bär! Achtung! Bär rechts! Aber hier was? Mais! Mais! Ich hab auch schon Mais im Inventar! Drei, zwei, eins, mein! Mais! So! Ab nach Hause! Komm her Digga! Glaub ich hier falsch? Kommt ihr noch nach Hause oder ist Kevin allein zu Hause? Ja weiß ich nicht! Ich kann es dir noch nicht sagen! 19,46! Auf jeden Fall müssten wir mal die Folge beenden und das tue ich jetzt indem ich einfach mal Tschüss sage! Ja! Kommst du mit? Und wir hoffen dass ihr das nächste Mal wieder reinschaltet bei 7 Ways to Cry wie Jenny und ich das hier jetzt wuppen werdet ihr dann nächstes Mal sehen! Bei Sex TV mit Brisco Schneider! Jau! Tschüss! 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 Jetzt! Dschüss! Vielen Dank.